Was? Los geht's! Also meine letzte Runde ist schon sehr sehr lange her, muss ich sagen. Na los, jetzt mach. Also wenn es jetzt wirklich der Geist ist, dann... Er ist bei mir, ja. Er ist bei dir? Ja. Der Tex-Perk. Nee. Braucht gar nicht Generator umzusuchen. Oh, ich seh ihn. Das wär's auch bei mir. Ehrlich. Er brauchst gar nicht mehr. Ich fang grad an. Oh, bei mir kommt noch kein Skillcheck, also... Viertel hab ich schon. Der Spaß, die Lektion wieder übertrieben. Manche Leute fährt. Ey, warum geht das so schnell? Weil ich da ab bin. Ach, fertig. Ach so, weil du da bist. Ja, ich bin mit einer Kiste da. Das ist doch kacke, wir können eigentlich gleich wieder... Ey, das kann's doch nicht sein, oder? Sorry. Ich hab... Ja, ich hab versucht, dieses Perfekte zu machen. Brauchst du nicht anfangen, ganz ehrlich. Such... Such die Totems. Wurscht, dass er ist noch nicht da. Ich seh'n Totem. Ich hab's gefunden. Richtige. Ich hab's richtig gefunden. Ehrlich. Hier kennt man es. Es brennt. Es brennt. Dann zerstört. Es ist so Kerzenschein unten drüber. Ehrlich? Ja. Ja, dann geh ich zurück zu dem Generator, wo wir grad waren, oder? Ist kaputt. Sehr gut. Ich wollte geheilt werden, Leute. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich weiß auch nicht, wo du bist. Aber wo grad das Totem kaputt gemacht wurde. Ja, da war Skull. Ah, okay. Da ist es. Der Killer bei mir. Kannst du ihm den Generator durchs Geht? Ah, er hat mich. Oh, das ist ganz schön nah bei mir. Ey, der kommt wahrscheinlich direkt zu mir, weil da ein scheiß Haken ist. Alter, wie viele Skillchecks grad kommen bei mir? Der ist immer noch bei mir in der Nähe. Ja, ich beobachte ihn. Macht ruhig die Generator, ihr müsst jetzt die Zeit nutzen und den Generator machen. Ja, mag ich. Es muss nur vor der Hälfte geholt werden. Davor werden die Generatoren gespammt. Ja. Lol, hat der mich jetzt echt nicht gesenkt, oder? Lol, der ist ja mir vorbeigelaufen. Ja, warte, er geht immer noch bei mir. Immer noch bei mir, Leute. Jetzt sind die Generatoren durch. Ich bin bei 80%. Problem ist, mein Generator ist, der direkt neben dir läuft. Das ist mein Generator. Wo ist er denn jetzt? Ich sehe ihn nicht mehr. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. 90. Ich will ihn langsam holen. Ah, er ist direkt daheim. So, jetzt heilen gehen. Komm her. So heilen. Ah, wo bist du? Ich habe dich verloren. Da bist du. Alter, er ist verpackt. Ich sehe ihn nicht. Komm her. Das ist nicht verpackt, das ist der Geist leider. Ich heile hier relativ schnell da so. Ah, super. Dann machen wir gleich deinen Generator weiter, gell? Ja. Ja, ich bin auch gleich wieder da, wenn ich ihn wieder finden würde. Ziel ist, jetzt den Generator hier fertig zu machen, während der andere gejagt wird. Ja? Und dann aufgehängt wird. Das ist das Ziel. Dürfen wir jetzt bitte nur nicht fällen. Ich fälle nie. Der wird jetzt aufgehängt. Also vorhin. Vorhin war eine Ausnahme. Bei mir kommt gar kein Skill-Check mehr. Bei mir krabb. So, jetzt aufteilen. Keiner geht in die selbe Richtung. So, und jetzt sucht mal mit Generatoren weiter. Ich glaube, ich eher da... Es geht... Ah, in der Nähe der Hütte... In der Nähe des hüttleren Generators war. Versucht euch Generatoren außerhalb zu suchen. Ich werde mal die Julia Richtung befragen, dass sie noch vor der Hälfte... Dass sie sie hat vor der Hälfte. Also ich werde die Julia holen. Ihr macht die Generatoren. Ja, wenn ich welche finde, mache ich es gerne. Wollt grad sagen, wenn ich mit der Hälfte noch vor der Hälfte... Einen finden wird. Da hinten ist einer, aber die leuchtet schon. Noch bei dir? Oh, ich bin bei die Julia. Ah, ich habe einen Generator gefunden. Darf einer mal fällen beim Generator? Ich hole die Julia. Geht oder jetzt? Nice. Ich habe gefällt. Julia heilen gehen. Oder ich komme mit, quasi. Er ist hinter mir, er ist bei mir, er ist bei mir, er ist bei mir. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Er ist immer noch hinter mir. Er ist immer noch hinter mir. Okay. Wenn ich halte Julia, danach haben wir sofort einen Generator. Cool, du machst grad auch einen, oder? Ja. Sehr gut, sehr gut. Hupsig. Ja. Ich weiß, wo ein Generator ist. Er ist relativ in der Mitte, aber... Hilft nix, müssen wir machen. Auch zur Ablenkung einfach, ja. So, noch hinter jemanden? Ich bin mir grad gar nicht... Ja, er ist noch hinter mir. Immer noch. 50%. Ich in die Mitte, weil... Er ist immer noch hinter mir. Immer noch. Ja, die Richtung ist gut, wo du laufst. Die Richtung ist gut. Oh nein, er ist bei mir. Versuch noch. Er ist bei mir, er läuft mir hinterher. Ja. Ich hab das Bonbon grad gehört. Ja, er ist immer noch mit dir. Es geht richtig langsam, oder? Ja, wir sind schnell. Lauf noch weiter. Ich hab gleich 80%. Wir sind... Ja, es sind Hälfte. Er ist immer noch bei mir. Sehr schön. Da weglaufen. Weiter, weiter. Versuch noch bisschen Zeit, die Toiletten rauszuholen. Ich glaube, das dauert nicht mehr lang, weil ich bin schon... 90%. Ja, er hat mich gleich. Er hat mich. Sehr gut, das schaffen wir. Gut. Du wirst jetzt so lange hängen, bis beide Ausgänge offen sind und dann holen wir dich. Was war das jetzt? Ich war zu aufgeregt gerade. Oh, ich hab richtig... Wie lange flüchtet? Was haben wir noch? Boah, ich guck euch. Hier ist ein Generator. Der läuft noch nicht. Jeder geht ins Ausgänge aufmachen. Ähm, ich geh jetzt den Ausgang aufmachen. Er läuft direkt... Er ist direkt bei dem Motor, der grad fertig wurde. Dort ist er gerade. Okay. Ich geh zum linken Ausgang. Erst bei mir, Leute. Erst bei mir. Macht einen Ausgang auf. Nicht den, wo der aufgehängt wurde, der Chris. Nicht den, weil der ist da. Geht einen anderen Ausgang aufmachen. Ach so, da... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo ich bin. Er ist bei mir immer noch. Läuft direkt zu dir schon. Lauf ganz woanders. Lauf bitte ganz woanders weg. Ja, sieh schon da unten. Also ein Ausgang ist jetzt offen. Ah, da ist ein Ausgang. Sehr schön. Ah, er hat die Totem Scheiße gemacht, das hier in Versehen one-shotted. Die Chris befreien, wenn's geht. Ich geh zu K... Konja. Wie... Wie weit ist dein Ausgang? Er... Er ist bei mir. Er ist direkt bei mir. Er kommt zum Ausgang. Vorsicht, John. Er wird mich jetzt... Er hat mich jetzt... Weil er... Feist er diesen Perk an. Hol mich schnell. Hol mich schnell. Boah. Loll. Lauf zum Ausgang. Alle zum Ausgang. Pass schon. Ist der offen? Einfach weg. Einfach weglaufen. Dann werde ich nicht befragen. Nein, 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 nein. Einfach aus dem Ausgang. Alles gut. Chris, wo bist du? Ich bin beim Ausgang. Ihr müsstet theoretisch jetzt versuchen... Du bist beim falschen Ausgang, oder? Nee, der ist offen. Also hier ist auch ein offener Ausgang. Achso. Ihr könnt'n euch natürlich noch holen, wenn ihr hier den... Ja, ich heil' mich grad selber. Genau bei euch. Also jemand, wenn... Wenn jemand hier wär, wär' nicht schlecht. Ich muss mich kurz selber heilen, obwohl der eigentlich gar nichts... Ja doch, ich lauf' schneller. Läge oder nicht? Ich bin halt dann tot. Ja, wir lassen niemanden. Ja, nee, dann geh' du raus. Wenn du tot bist, dann geh' raus. Nee, du musst dich nicht... Ah, nee, ist bei mir. Also ich war noch nie gehangen, also... Ich... Kann's probieren. Nee, 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 nee. Geh' raus. Geh' raus. Ist er immer noch bei dir? Äh, ja. Er steht hier irgendwo in, wir sind hinter mir, glaub' ich. Ehrlich? Können wir schnell probieren. Lass' es probieren, lass' oder? Alle hinrennen, oder? Ey, Con, bist du in seiner Nähe? Okay, dann... Ich hol' ihn jetzt. Ja, Julia, aber... Du sollst lieber hinten werden. Ja... Ja, lauf' raus, lauf' raus, lauf' raus. Das ist, wenn der campt, das hat keinen Sinn, oder? Aber du bist jetzt tot, oder? Ja, ja, aber ihr könnt' rauslaufen, ist gut. Gut, dann laufen wir schon. Ja, aber da hat er gecampt, was hätten wir auch machen sollen, oder? Ja, der hat gecampt. Ja, 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 der ist bei meinem Ausgang, also geht's raus. Ja, ich bin draußen. Was für'n Camper-Noob. Camper-Noob! Mit dem Geist kann man aber auch sehr gut campen. Ja, ja. Einfach unsichtbar machen und warten. Ja, ja, voll. Ja, gut, beim Campen, du musst halt gucken, damit der andere das nicht sickt. Der, der hängt. Aber... Naja. Ne, das war aber echt verdammt gut von dir kommen vorhin, dass du den so lang abgehängt hast. Da können wir so zweihalb Generatoren machen in der Zeit. Ja, ja, ich bin einfach nur gelaufen. Der hat mich irgendwie, keine Ahnung was... Einmal Palette, dann bin ich einmal über so'n Ding gehupft, also über so'n Hindernis. Da hat er mich einmal verfehlt. Also das hat eigentlich... Ganz gut hingehauen. Ich bin relativ lang. Aber ja, gut, aber irgendwie hab' ich ihn nicht abhängen können. Keine Chance. Weil, ich weiß nicht, wenn ich lauf... Aber er hat richtig viele Perks drin gehabt, also es war echt so gut, was wir gemacht haben. Naja, aber... Gegen so'n starken Killer eigentlich? Naja, dass einmal der John tot ist... Das kommt auch mal vor. Normalerweise ist es immer eher der Einzige, der überlebt. Wer lädt einen? Ich lädt einen. Gut, vielleicht ist es auch deswegen so gut gelaufen, weil er sich auf'n John konzentriert hat. Naja, was heißt konzentriert? Der hat mich ja auch ewig lange gejagt und... Juli hat ja auch schon aufgehangen gehabt und... Hm. Aber ich bin in den letzten Runden nie ausgestattet gewesen, ne? Sobald ich mich ausstatte, kriegen wir voll den heftigen Gegner, wo ich innerhalb von zwei Sekunden tot bin. Ich trau' mich nicht auszustatten. Dann mach's nicht. Ich seh schon, wenn ich so ne Werkzeugkiste mitnehme, dann... Ja, die Werkzeugkiste hab' ich aus der vorletzten Runde aus der Truhe. Ja... Ja gut, stimmt. Ich wollte auch was aus der Truhe rausholen, aber da stand er direkt hinter mir. Seitdem hat er mich verfolgt gehabt. Okay. Na komm. Ja, jetzt ist zu spät. Zu spät. Zu spät. Zu spät. Zu spät. Die haben nur zwei Opfgarten, die hab' ich auch total vergessen. Ja, oh ja, ich auch. Aber gegen den Geist hab' ich noch nie gespielt. Ja, bei du... Hat mich jetzt richtig überrascht, dass wir mal gegen den gespielt haben. Echt noch nie? Müsste eigentlich nur noch die Krankenschwester dran kommen. Hätte ich, glaub' ich, schon alle... äh, alle Killer-Durchtern. Hast du schon gegen den Clown gespielt? Ah, ne, auch gegen den. Ne, ging, den hab' sogar ich noch nie gespielt. Den hab' ich ja auch nur einmal, glaub' ich, bis jetzt gespielt. Einmal. Ist das ein starker Killer oder so schwach, dass ihn irgendwie keiner kauft? Welcher Killer? Der Clown. Der Clown. Ist eigentlich schon stark, aber... Ist nicht einfach zu spielen, glaub ich. Ich weiß nicht, ich mag die Map nicht. Moment, ist das... Ah, das ist die Karte. Das ist doch mit dem Fallensteller, ja, und da... Echt, ist wieder der Fallensteller? Ja, weiß ich nicht. Ich sag dir, das war die Map mit dem Fallensteller letztes Mal. Ja. Und wo ich nie Generatoren finde. Ja, wollt grad sagen, ich bin wieder unterwegs und finde einfach, ne? Hier ist ein Generator, aber ich mach' einfach mal aus Prinzip ein Totem. Aus Prinzip. Der Kettensägen-Typ. Alter, schon bei mir. Die zwei Ausgänge sind richtig nah beieinander auf der Karte. Also ich seh jetzt nur das eine hier. Die wurde ziemlich... Was war das jetzt? Jemand hat... Jemand hat nen Generator verkackt. Ne, ich hab nen Totem gemacht. Hä, und jetzt hängt schon wer? Was? Ja, ja. Der ist eigentlich neben mir gespawnt und dann... ...hat er mich ge-one-shotten. Schön! Oh fuck. Nein, was tust du? Sorry. Warum? Hä? Was ist mit der? Loll, warum bin ich da? Der Luft steht weg, oder? Hä? Na, jetzt kommen wir wieder her. Gleich mal mit. Boah, er hat mich nicht gesehen. Auto ist im Mist. Da... Da... Könnt ihr mir mal die Julia... Achso, die Julia ist schon geholt. Sehr schön. Was machst du denn? Wo ist er denn jetzt? Ist... Er war beim Generator, der hat nen Krack kaputt gemacht? Ja, ich weiß aber... Genau das hab ich... Das ist auch das letzte, was ich gesehen hab. Jetzt geht er weg. Hm. Könntest du bitte jetzt... ...nicht verkracken? Ja, sorry. Vielleicht zweimal verkracken alles. Hier, bescheiße. Das heißt, du kannst direkt die... ...wecken benutzen. Ah, scheiße. Wenn du da vorregeln musst. Ah, er hat mich gesenkt. Lull. Wenn das so ist, mach ich schnell den Generator fertig. Schluss. Richtige Tod und gleich kaputt. Wir sind auf der Straße, wo ein Tankwagen ist. Und wo da nicht hinlaufen, weil der Generator bald fertig ist. Ciao. Ah, das ist egal. Er macht echt schnell die Kisten kaputt, ne? Das muss man ihm schon lassen. Er ist immer noch hinter mir her. Also macht ruhig was fertig. Heiß. Der nächste Generator sitzt auch fertig. Hier im Haus schon, Hase. Ich weiß nicht, wie erkennt man, ob im Haus ein Generator ist? Geht das irgendwie? Oder... Wie... Wie... Mann, das ist keine Ahnung. Ja, er hat mich ja... Oh lol, wie schnell der wenden kann. Holy shit. Er hat mich erwischt. Oh, ich hätte weiter rennen sollen. Hätte ich mir vielleicht entkommen können. Voll der Fehler, jetzt stehen zu bleiben. Hier ist ein Generator. Unten, oder wie? Ja, hier. Wo bist du denn? Mal schauen, wo er aufgehängt wird. Im Haus, Hase. Hey, vielleicht schaffe ich es raus zu wickeln. Komm schon! Nein! Er macht! Oh, fast. Das war so... So ein halber Zentimeter noch. Egal, jetzt Generator machen, bis er fast selbst live hat, dann holen wir ihn. Also er ist gleich weggegangen, ne? Also ich sehe ihn nicht mehr. Der kämpft anscheinend nicht. Oder er ist hinterm Zaun, was ich... Ne, ich höre aber auch keinen Herzschlag mehr. Also er ist weg. Er ist bei mir, er ist bei mir, er ist bei mir. Hol den Kon. Wir machen ihn fertig und dann holen wir ihn. Er hat mich hundertprozentig gesehen, oder? Nein! Er hat mich gesehen, doch. Das tut man schon weh in der Schulter, Leute. Oh, leck! Äh, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Lol. Wie hier einfach keine Saplette ist. Vorsicht, denn du machst nächsten Generator. Ich hole Dings. Alles Gute, Sharina. Hast du was zum Gehirn? Du kannst ihn selber halten, gell? Ja, ich könnte mich selber halten, wenn es ist. Aber komm trotzdem mal mit in den Keller, weil da ist auch meistens ein Generator. Ja? Dann machen wir den gleich. Er ist immer noch hinter mir her. Hier ist eigentlich irgendwo im Keller. Hier ist einer. Ja. Immer noch hinter mir her. 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 Ja, ist ja gut. Lauf am besten nicht in die Scheune, falls du so eine Scheune siehst. Wollen wir den Generator gleich machen? Ja, ja, natürlich. Er wird jetzt dann gleich aufgehängt und wir warten bis er hier bleibt und bis dahin haben wir die Generator. Ja, ist immer noch hinter mir her. Schön, weiter so cool. Ich glaub ich hab abhängten, glaub ich. Nein. Ich hab mich abhängten. Vergisst du was ich gesagt hab. Immer noch hinter mir her. Nice. Immer noch hinter mir her. Entschuldigung, das kam gleich am Anfang. Sind wir noch hinter dir? Das musst du uns unbedingt sagen. Immer noch hinter mir her. Sag mal, wie oft kommen wir jetzt in den Skill-Check? Holy Shit. Oh, ich hab glaub ich raus auf den Stich. Nein. So hier bei der Scheune, kann das sein? Da ist's. Uuuh! Oh mein, LOL! Wie hat der das jetzt... Wie hat er das jetzt gemacht? Er hat mich. Bitte, bitte, bitte. Ich muss den jetzt fertig machen, bitte. Das schaust du noch, komm. In die andere Richtung, in die andere Richtung. Weil er ist da ganz hinten auf der anderen Seite. Hier, zu diesem Ausgang. Er läuft direkt weg. Ja, du machst den Ausgang, ich mach den anderen, wo Julia ist, schau ich gerade, ob er da kommt. Er kommt zu Julia, glaub ich. War das Julia? Sie läuft grad weg? Läuft grad weg, ja. Er ist, glaub ich, in der Julia. Pass auf, ich werd jetzt Richtung deinem Ausgang gehen, ja. Er ist wieder beim... Er ist bei mir, ich hör das Pumpern. Mein Ausgang, der ist bei mir. Mein Ausgang, der ist bei mir. Meiner ready machen, um Skull zu holen. Go, 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 go. Jetzt Skull. Bei einem anderen Ausgang, er wird gleich bei mir sein, wahrscheinlich mich hinterher ärgern. Ich renne schon zum Skull, ich renne wie so ein Ochse. Pass auf, er ist in deine Richtung gewesen. Warte mal, was soll ich jetzt machen? So, er ist bei mir jetzt auch. Er ist bei dir, ich hörs, ich hörs, ja. Läuft. Er ist bei mir, er ist bei mir. Ich lauf direkt über die Straße, ich lauf schon über die Straße. Skull retten, Skull retten. Bin schon da, bin schon da. Kommen Sie mit, Skull. So. Er ist bei dem einen Ausgang, den ich gerade aufgemacht habe, Leute, okay? Führt ihn jetzt zum Ausgang, führt ihn jetzt sofort zum Ausgang. Läuft, komm, komm. Ich troll ihn jetzt, ich troll ihn jetzt. Jetzt komm Skull, Skull, komm, 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 komm. Hä, wo bist du? Kannst du einen Hit für mich fangen? Er kommt, er kommt, er kommt. Kannst du einen Hit für mich fangen? Ich müsste einen Hit blocken, ich müsste einen Hit blocken. Okay, jetzt muss ich selber raus. Komm, 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 komm. Lauf, komm, 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 komm. Loll. Schön, 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 schön. Sehr schön. Boah. Ach, Alex hier draußen ist sehr schön. Geiler Scheiß, schöne Runde. GG. Hell, lol, der heißt sogar Well-Blade. Das war doch mal auf der Karte jetzt eine gute Runde. Aber die Karte, ich glaub das ist meine neue Hasskarte. Nee, meine absolute Hasskarte ist immer noch die mit zweisteckig da, ähm, die innere. Stimmt, stimmt. Also die, nichts kann diese Hasskarte toppen, nichts. Stimmt. Weil du einfach nicht weißt, wo er ist. Nee, da hast du volles Pochen, aber da wäre es ja über dir oder unter dir und du, das pocht einfach egal wo auf der Map, weil die Karte so klein ist, egal wo du bist. Ja, boh, naja, weiter geht's, upsala, ja, auf zu den nächsten zwei Runden. Mhm. 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 Mhm.